Sibirien. Dieses Wort hat wahrscheinlich jeder schon einmal gehört. Dieses Wort ist anscheinend in jedem Land bekannt. Aber was ist Ihnen über dieses Land bekannt, außer dass es sehr weit weg ist und es dort sehr, sehr kalt ist? Wir beginnen damit, dass Sibirien ein riesiges Territorium ist. Es ist größer als Europa, China, USA, Australien oder Südamerika. Weiter lernen Sie vier von zehn der größten Flüsse der Welt kennen. Yenisei, Ob, Liena und Amur. Hier treffen Sie auf die Taiga, den größten Wald der Welt. Hier erkunden Sie den tiefsten See der Welt, den Baikalsee. Und gerade hier, in Sibirien, sind mehr als 30 Prozent der Süßwasserreserven unseres Planeten konzentriert. Versetzen wir uns zu den Oberläufen, einer der größten sibirischen Flüsse, Lerna. Und schon sind wir in Jakuzien. Diese Weiten beeindrucken den Reisenden mit der harten, unberührten Schönheit. Es ist nicht einfach, hierher zu kommen. Aber nur hier finden Sie das echte, wilde Sibirien. Hier kann man den kältesten Punkt der Nordhalkugel, Oumyakon, mit einer Wintertemperatur von bis zu 70 Grad Celsius besuchen. Einen besonderen Besichtigungswert hat der Naturpark aus der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes, Lerna-Säulen, mit 40 Kilometer steilen Felsen in der Länge. Sie erstrecken sich entlang des rechten Ufers der Lerna. In der Mitte der Jakutischen Taiga beobachten Sie eine echte Wüste mit einzigartigen, natürlichen Dünen. Tukulan. Das sind mehrere Kilometer aus Sand auf den Berggipfel. Wie kommen Sie nach Sibirien? Bisher gibt es keine genaue Antwort darauf. Die meiste Zeit des Jahres ist es dort sehr kalt und schneereich. Im Winter können die Temperaturen bis zu minus 50 Grad Celsius und die Schneeschicht mehrere Meter erreichen. Übrigens kann der Schnee auch im Juli beobachtet werden. Das harte Klima dieses Gebietes hat dazu beigetragen, die Schönheit der wilden Natur in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten und sie von der industriellen Nutzung zu schützen. Und hier in Sibirien können wir das echte Wunder sehen. Sommer in Sibirien. Das sind kurze drei Monate, wenn die Natur erwacht. Tausende Arten von vielen verschiedenen Pflanzen streben danach, zur rechten Zeit zu keimen, aufzugehen, sich zu entfalten und die Saat abzugeben. Das, was im Winter die grenzenlose Schneelandschaft darstellte, ist im Sommer mit einer undenkbaren Vielfalt von sibirischen Pflanzen bedeckt. Aber der kurze sibirische Sommer ist auch eine harte Prüfung. Bei dem starken kontinentalen Klima Sibiriens können die Sommertemperaturen auf bis zu 40 Grad steigen. Stellen Sie sich vor, wie schwierig es ist, in diesem gnadenlosen Klima mit seinen ständigen Temperaturschwankungen zu überleben. Im Winter ist es minus 60 Grad Celsius und im Sommer steigt die Temperatur bis zu 40 Grad Celsius. Könnten Sie das? Sie schon! Sibirische Pflanzen sind der Hauptreichtum Sibiriens, aber auch des ganzen Planeten. In der Welt sinkt die Anzahl der Orte, wo solche Mengen der wildwachsenden und heilenden Pflanzen zu sehen sind. Außer dem Naturpark, Lena-Säulen gibt es in Sibirien noch sechs Naturdenkmäler, die unter dem Schutz von UNESCO stehen. Vulkane Kamtschapkas, Wrangelinsel, Puturana-Plateau, legendärer Baikalsee, Sowie die Steppen und die Seen des Upsunur-Beckens und die goldenen Berger Altais. Berg Altais. Jede Biegung ist ein Anlass für eine neue Reise. Hier, wie im ganzen Sibirien, kann man eine erstaunliche Vielfalt von wilden Pflanzen und Kräutern entdecken, die immer noch die Kraft der harten, urwüchsigen Natur nach wie vor in sich tragen. Tausende Jahre wussten die örtlichen Heilenden von der unübertrefflichen Kraft der sibirischen Kräuter. Im 20. Jahrhundert haben sich Wissenschaftler dafür begeistert. Gerade die sibirischen Kräuter wurden bei der Vorbereitung der ersten Kosmonauten für die Weltraumeroberung verwendet. Jetzt sind die wundervollen Eigenschaften der sibirischen Pflanzen weltbekannt. Siberian Wellness ist einer der weltweit führenden Hersteller von natürlichen Produkten für ein aktives und erfülltes Leben. Bereits seit mehr als 20 Jahren werden fast alle unsere Produkte aus sibirischen Kräutern mitten in Sibirien hergestellt. Das erlaubt uns, die ganze natürliche Reinheit und die Energie der sibirischen Kräser in unsere Produkte ohne Verluste zu übertragen. Novo Sibirsk, die Hauptstadt Sibiriens. Hier werden die sibirischen Pflanzen und Kräuter in die innovativen Produkte für das aktive und vollwertige Leben verarbeitet. Unsere Produktion heute, moderne Einrichtungen nach internationalen Standards. Es gibt ein eigenes Forschungs- und Innovationszentrum, ein eigenes Labor, einzigartige patentierte Rezepturen sowie ein riesiges Logistikzentrum. Siberian Wellness wurde in Sibirien gegründet, wo die Natur auf Mutter Erde immer noch unberührt ist. Siberian Wellness unternimmt viel für die Erhaltung der wilden Natur Sibiriens, die mit uns großzügig ihre Gaben teilt. Zu diesem Zweck haben wir die Stiftung The World Around You gegründet, die Öko-Projekte zur Rettung seltener Tiervogel- und Pflanzenarten in Sibirien unterstützt und auch die Gewässer der Perle der Welt, den Baikalsee, erforscht und schützt. Unsere Produktion und unsere Produkte erfüllen die strengsten Umweltstandards. Wir reinigen Luft und Wasser, die wir bei der Herstellung von Produkten verwenden. Wir verwenden biologisch abbaubare Materialien für unsere Verpackungen. Wir verwenden keine zusätzlichen Zusatzstoffe in Produkten für das aktive und vollwertige Leben. Wir fügen keine Sulfate, Phtalate, Parabene, Mineralöle, synthetische Duftstoffe und Farbstoffe in unsere Produkte für die Schönheit zu. Unsere Produkte werden nicht an Tieren getestet. Wir sind stolz auf unsere Produkte. In diesem Sinne ist es für uns sehr wichtig, wie und in welcher Umgebung unsere Kunden die Produkte kennenlernen. Heute können die Siberian Wellness Produkte in 65 Ländern erworben werden. Jeder, der für sich eine ökologische, natürliche Lösung sucht, findet garantiert ein passendes Angebot. Das Angebot von Siberian Wellness umfasst heute mehr als 250 Produkte aus der Natur. Das sind Produkte für ein aktives und harmonisches Leben, sportliche und funktionelle Ernährung, Kosmetik, Körperpflegeprodukte und Zahnpasten, selektive Parfümerie, Produkte für ausgezeichnetes Wohlbefinden. Seit mehr als 20 Jahren wenden Menschen weltweit die Produkte von Siberian Wellness an. Weil sie die Ergebnisse sehen, den Wert schätzen und die Kraft der sibirischen Natur fühlen. Sie sehen, dies ist eine sehr inspirierende Geschichte, wie das riesige und strenge Sibirien und seine erstaunlichen Pflanzen zu Produkten werden können, die das Leben verändern. Sibirien ist die echte Natur, die echte Wissenschaft, alles für die Menschen. Sibirien ist die echte Wohlbefinden. Sibirien ist die echte Wissenschaft, alles für die Menschen. Sibirien ist die echte Dritter und das Bewusstsein, die es auch diese Dinge ist, Sie sehen, die wir uns im Vergleichben, die wir uns im Hinweis, So jedenfalls ein Blutzen, der Buddha ist Dr. Wohlbeide, das ist die Sache, die wir uns im Hinweisungen in die finanzielle locaale. Vielen Dank.